Bi side so oh shit ein bisschen bequem machen Füße hochlagen immer geholfen Das ist wieder mal ein Geräuschtag. Ein Tag, wo man die ganze Zeit Geräusche macht, wegen allem Möglichen. Wenn man zum Beispiel die Füße hochlagert. Ah, du bist erst drei am Nachmittag. So, let's klatschen noch, go. Neu-Folk, Solo-Vielgut-Podcast. Solo-Vielgut-Podcast. Irgendwie zu viele Wörter. Yes, willkommen. Es ist Mittwoch, der 24. November, am Nachmittag, wie gesagt. Und ich bin schon voll im Black Friday-Fieber. Boah, wie das abgeht. Black Friday Week. Das ist einer der besten Begriffe, den ich jemals gehört habe. Das ist jetzt der neue Shit. Black Friday Week. Was soll denn das, bitteschön? Irgendwie bin ich heute überhaupt nicht bequem. Ich mache hier wieder zu und muss nochmal richtig hinsitzen. Es ist ja Wahnsinn, wie das mittlerweile abgeht mit all diesen Aktionen. Black Friday Week. Black Friday Week. Vort an, am 3. November, hört auf, am 17. Dezember. Dann kommt schon die Weihnachtsaktion, dann der Sale und dann haben wir schon wieder den Sommer. Irgendwie so. Ich weiss auch nicht, ich komme gar nicht mehr nach. Ich werde völlig überhäuft mit irgendwelchen Aktionen und so. Ich weiss gar nicht, ist es jetzt wirklich günstiger wegen dem? Zum Beispiel habe ich gemerkt, auf Galaxus kann man so nachschauen, wie so die Preisstruktur gesehen ist in den letzten Monaten. So wie ein Aktienkurs eigentlich. Da sieht man irgendwie, keine Ahnung, das und das gerade ist im Juli hat es irgendwie 250 kostet, danach ist es irgendwie im September auf 220 runter. Und komischerweise, wenn man dann so die Statistiken sozusagen anschaut, dann sieht man, dass meistens im Oktober der Preis wieder extrem hochgeht. So Oktober, November. Und dann kann man natürlich wieder 20% drauf knallen und dann ist man wieder bei Black Friday. Ja, Black Friday Week, Black Friday Month. Es wird sich dann irgendwann auch schwierig. Irgendwann habe ich gelesen, Black Month. Ich weiss nicht, ob das der richtige Begriff ist für irgendwelche Aktionen. Dann kommt natürlich noch der Cyber Monday. Dann habe ich mitgekriegt, es gibt auch noch den Singles Day. Elfte, Elfte. Ist es Elfte, Elfte, weil es so viele Einsen denn sind? Alle Einsen, ist das die Day? Alles Singles. Vielleicht habe ich tatsächlich mal einen Marketing-Gag gecheckt. Das wird aber nicht von allen gefeiert, also gefeiert mit Aktionen gebraucht, sondern eine gewisse, wir nennen es auch einfach FastNachts-Sale. Ah je. Ich war dafür, dass man einfach sagt, wir nehmen einen Preis und dann ist es. Okay. So viel kostet es. So viel kostet es immer. Oh. Es ist ein bisschen günstiger geworden in der Produktion, weil die Chinesen haben es uns jetzt für halb so viel machen können. Hey, dann wird auch der Preis für euch ein bisschen günstiger. Das wäre es etwa. Ja. Aber ich verstand nicht, warum man so unglaublich mit den Sales und Sachen und so hat. Am Schluss gibt man wieder gleich viel Geld aus. Hätte ich dann wahrscheinlich sogar zwei Sachen mehr gekauft, als man sonst würde. Weil man macht es ja einfach, damit man gemacht hätte. So, oh unbedingt, das muss ich jetzt auch noch nehmen und das muss ich mir jetzt auch noch besorgen. Und dann hat man einfach wieder ein bisschen mehr Shit daheim, wo man dann drei Jahre später irgendwann ausmischte. Was für ein Wort, ausmischte. Das heisst, man weiss ja schon, dass man mischt hätte. Und oft ist das Mischte genau das fünfte Ding, das man noch in den Warenkorb geschmissen hätte am Black Friday. Und wenn man das dann ausgemistet hat, dann landet es wieder irgendeinem, sehr wahrscheinlich nicht am richtigen Ort. Keine Ahnung, warum ich jetzt so auf Black Friday gekommen bin, aber irgendwie gestern habe ich den Fernsehen auch verloren, neben dem, äh, wenn er es schaffen muss. Und es ist einfach die ganze Zeit, Black Friday, äh, Black Friday Week, jetzt profitieren! Zum Beispiel der UHD LQ QLED Fernseher für 12.90 Franken. Und wenn man noch ein iPhone dazu nimmt, dann sind es 12.95 Franken. Und irgendwie, schlussendlich, eben, es ist ja nie das, was man will. Ich habe jetzt zum Beispiel geschaut, ich habe so ein paar Sachen, die ich schon seit Ewigkeiten auf einer Einkaufsliste habe. Also nicht, äh, nicht Geschirrspielmittel, sondern wirklich einfach so, dass ich mir mal gedacht habe, die eine Pflanze wäre noch geil und irgendwie, vielleicht brauche ich, äh, vielleicht brauche ich mal eine neue dunkle Jeans, weil die eine hat ein Loch, wie ich gemerkt habe in meiner Show in Luzern, wo nach der Show jemand zu mir kommt, wo, glaube ich, auch den Podcast los, liebe Chris, und so sagt, hey, ich bin mir nicht sicher, aber vielleicht hast du ein Loch in deinen Jeans. Ich glaube, man hätte es gesehen, wo du tanzt hast. Ja, das heisst, eine schwarze Jeans weniger, das heisst, mein Grundstock für zwei schwarze Jeans ist halbiert worden. Also bräuchte ich wieder eine. So, das sind dann so ein bisschen die Sachen, wo ich so finde, okay, das mache ich auf irgendeiner Liste, das will ich mir irgendwann mal ziehen. Natürlich gibt es das nicht. Nein, du könntest super tolle, keine grüne Jeans haben, ja, oder geile oder violette, aber keine schwarze. Nein, das gibt es nicht bei Black Friday. Dabei ist es ja der Black Friday. Mach doch wenigstens alles, was schwarz ist, gibt es günstiger. Ja, zum Beispiel schwarze Jeans. Okay, ähm, was habe ich eigentlich erzählen? Hm. Eigentlich wollte ich erzählen, einen speziellen Tag, den 24. November für mich. Heute, in ein paar Stunden, in weniger als zwei, nachdem ich das jetzt hier aufnehme, werde ich schon... Hey, es irritiert mich so, dass es heute so haltet. Ich weiss nicht, was ich umgestellt habe. Irgendwie, vielleicht muss ich da hin, halte es dann weniger. Ha, hu. Vielleicht gehe ich auf Toilette, dann halte es noch mehr. Ja, ich zögle jetzt mal schnell. Ich zögle jetzt mal schnell aufs Sofa. Ich weiss gar nicht, ob man das denn so laut hört auf dem Ding, ähm, auf der Aufnahme. Aber mich hat es jetzt extrem irritiert, dass ich in so einer hallenden Bude sitze, namens Küche. Also, der 24. November, äh, heute ist ein spezieller Tag, weil heute haben wir die 50. und letzte Comedy im Balz, ja. Comedy im Balz ist für mich so der Startschuss von unglaublich vielen Sachen, ähm, nämlich so ziemlich alles, was mich mit der Comedy irgendwie in Berührung gebracht hat, ja. Also, ähm, die Primetime-Show ist so mein Einstieg gewesen, so eine Late-Night-Show zu Basel, wo ich, äh, eben so wirklich Talk-Gäste hatte und, äh, mich einfach schon mal habe können alleine, also alleine mit anderen Leuten natürlich, aber zumindest schon mal mit einem eigenen Projekt auf der Bühne ausprobieren. Und, ähm, Comedy im Balz haben wir angefangen, Januar 2014, und, ähm, ich habe Premiere mit meinem ersten Solo, was irgendwie auch mein dritter Stand-Up-Auftritt ever gewesen ist, zweiter oder dritter, ähm, am 1. November 2013. Das heisst, alles, was mit Comedy in irgendeiner Art und Weise für mich eine Bedeutung hat und für meine Stand-Up-Karriere, das ist losgegangen in diesem Zeitraum, ziemlich genau jetzt, ja. Ja, jetzt, vor acht Jahren, ähm, und drei Wochen hatte ich Premiere mit meinem ersten Solo-Programm und jetzt, vor acht Jahren und, pff, eineinhalb Monate oder so, zwei vielleicht, ähm, oder minus zwei Monate, hatte ich die erste Comedy im Balz. Und, und, dort haben wir wirklich einfach auf, auf gut Glück Leute eingeladen, gehofft, dass die kommen, denen ein bisschen Geld anbieten, dass sie ein kurzes Set spielen, oder zwei kurze Sets, und ich habe das irgendwie probiert zu moderieren. Und, ähm, ich muss sagen, wenn ich überlege, was in acht Jahren alles passiert ist, ist crazy. Wirklich, ähm, nicht einmal weltweit, das ist natürlich eh abartig. Ich glaube, vor acht Jahren hatte ich noch keinen Instagram-Account. Jetzt zeigt man schon, Instagram ist langsam wieder vorbei. Ähm, ähm, vor acht Jahren hat man nicht einmal ansatzweise daran gedacht, dass jemand wie der Donald Trump mal Präsident sein könnte. Und, ähm, persönlich ist auch wahnsinnig viel passiert. Vor acht Jahren habe ich irgendwie noch super ungesund mir ernährt, viel zu wenig schlafen, ähm, komischen Lifestyle gehabt. Und das passiert irgendwie so, eben innerhalb von ein paar Jahren gibt es auf einmal so mega, mega Veränderungen, ja. Und die Comedy-Szene, wenn ich mich richtig erinnere, ist gesehen, ähm, der Büssi hat schon ein Solo-Programm gehabt. Ja, der Charlie, ähm, ich weiss nicht, ob er schon ein Solo gehabt hat. Aber ich glaube, er hat schon sein erstes Solo gespielt. Aber, äh, sonst, ist noch nicht viel rumgesehen. Michael Elsen hat es gegeben, der David Bröckelmann hat es gegeben, ähm, der Zuccolini hat es gegeben, äh, die Steffi Berger, äh, die Helga Schneider. So, also ein paar, paar von den Namen, die jetzt immer noch, ähm, sehr bekannt und aktuell sind, die hat es dort einfach schon gegeben, ja. Ähm, aber so die ganze Stand-up-Bubble und die ganze Szene dahinter, ähm, die hat es noch nicht gegeben. Es hat keine Open-Mics gegeben, es hat keine richtigen Wettbewerbe gegeben, es hat keine richtigen Awards gegeben. Ähm, ähm, am Fernsehen hat es Jaco Bermüller gegeben, wo ab und zu jemandem auftreten ist. Ähm, 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 natürlich auch der Fabian Unterrecker, genau, der hat es dort auch schon gegeben. Und, ähm, was hat es noch gegeben? Comedy aus dem Labor hat es dort, glaube ich, auch schon gegeben mit Michel Garmentaler. So, ähm, ich kann euch jetzt noch eine halbe Stunde erzählen, was es alles schon gegeben hat. Ähm, es hat schon Chupa-Chups gegeben. Es hat schon Autos gegeben, die meisten mit vier Rädern. Ähm, ja. Aber viel mehr, was ich eigentlich meine, ist, ähm, wir haben Comedy in Balz damals gegründet mit dem Ziel, dass es überhaupt eine fixe Comedy-Show gibt, ja, an unserem Ort. Und mit der Zeit hat es dann auch einen anderen Ort gegeben. Ja, und ich erinnere mich so gut an Folge 3. Weil ich weiss noch, die erste haben wir gehabt, David Bröckelmann, Laurin Buser, schönen Baselbezug. Ähm, mit dem Laurin schon mal jemandem, der nicht direkt aus der Comedy ist, sondern wirklich Slam-Poetry macht und Musik. Ähm, und ich fand, es muss diese Mischung geben. Ja, und als, äh, Star-Gast, der Vuio. Wo dort, das ist zum Beispiel vor acht Jahren, ja, vor acht Jahren, ziemlich genau zu der Zeit, haben alle Menschen Bachelor geschaut, wegen dem Vuio. Das ist genau vor acht Jahren gelaufen. Und, ähm, dort ist der Craze losgegangen. Also wirklich noch eine definitiv andere Zeit. Und, ähm, zweite Show haben wir dann, ähm, der Spitzbuebe gehabt, etwa aus der Basler Fasnacht. Wir sind wirklich sehr, sehr baselbezogen gewesen. Noch der, äh, Zucki-Hund haben wir gehabt. Und, wer haben wir noch gehabt? Hm, ist das schon, ist das schon der Gabriel? Ich sehe, Vetter. Shit. Früher bin ich so gut gesehen, ich habe immer alle können nennen. Aber jetzt natürlich, nach 50 Shows wird es ein bisschen schwieriger. Aber wir haben da ein schönes Archiv auf unserer Website. Das scrolle ich jetzt einfach mal ganz runter. Tatsächlich, der Gabriel Vetter. So, das ist die zweite Show gewesen. Und dann, weiss ich noch, dann haben wir gefunden, äh, geil, jetzt machen wir eine dritte Show. Und dann sind uns schon die Leute ausgegangen. Dann sind, dann ist es schon knapp geworden, weil wir so gefunden haben, okay, hey, wer nehmen wir für die dritte? Und, ähm, dort haben wir neun Tage vor, vor Showbeginn, haben wir noch nie mal das Line-Up zusammen gehabt, ja. Wir haben aber Glück gehabt, da, da guter Kontakt, äh, dort auch, dort ist dann zum Beispiel der Johnny Byrne gewesen, der Charlie, äh, Peter Löhmann. In der Show ist drauf, ist es richtig geil geworden, Zuccolini, Fräulein Dacapo, Steffi Berger, Guy Landold, Klibi und Caroline. Klibi und Caroline im kleinen Balz. die Haisel ist mal im Balz gesehen, äh, äh, viele aus Deutschland, Lara Stoll, haben wir gehabt, und so weiter und so fort, ja. Und, ähm, und da habe ich sich überlegt, was, was für ein Unterschied, von neun Tagen vorher, noch niemals Line-Up zusammen gehabt, zu jetzt, wo, auch abgesehen von Covid, eigentlich mehr zwei Jahre im Voraus, alles kann schon verplanen, und mit der Zeit haben wir so viele Anfragen gekriegt, von Leuten, die irgendwie auch haben wollen auftreten, da habe ich schon gemerkt, es gibt auf einmal eben eine völlig andere Nachfrage, nach Comedy-Shows, ähm, bei Leuten, die es sehen wollen, aber auch bei Leuten, die es machen wollen, ja. Ähm, weil so oft, wenn, eben, wenn man sieht, dass etwas möglich ist, dann hat, glaubt man schon viel eher, dass es möglich ist. Und, ähm, jetzt ist definitiv, aber auch langsam Zeit, zum, zum das, zum das Golo, habe ich ja auch schon erzählt, in dem, äh, in dem Podcast, äh, mit, mit genügend anderen Projekten, wie zum Beispiel eben dem Podcast, bin ich schon mal zeitlich recht eingespannt, und Solo, und so weiter und so fort. Aber, ähm, ich freue mich riesig, dass wir heute noch ein letztes Mal richtig Gas werden geben. Ähm, ich werde, äh, den Luca dabei haben, äh, ein guter Kollege von mir, wo, wo, wo ein bisschen, ein bisschen die Kamera, dort und da mal, mal anhebt, und, ähm, und, ähm, wird ein Vlog, verdammt, irgendwann die Woche, auf meinen YouTube-Channel knallen. Also, könnt ihr euch dann sehr gerne anschauen, wie die letzte, ähm, über die Bühne gegangen ist. Im kleinen Balz. Ich werde sicher wieder mal über das Projekt reden, wie das Ganze vielleicht entstanden ist. Ich glaube, im, im Podcast mit dem Chalit, Bonoir, haben wir ab jetzt darüber geredet. So, das ist, das ist auf jeden Fall, heute angesagt. Und, äh, wann habe ich mich das letzte Mal gemeldet? Letzter Mittwoch Nachmittag, bevor ich auf Seve und Luzern bin gespielt. Yes! Und sehr schöne Shows gesehen. Sehr schöne Shows gesehen. Haben sehr Spass gemacht. Ähm, in Seve habe ich gemerkt, ich bin, ich bin für mich nicht so ganz on point gewesen. Es ist so lustig, weil es wirklich einfach manchmal Tagesformt. Kannst du dir nicht erklären, warum. Du, du probierst es, du probierst es, nach deinem Besten zu machen, wie immer. Und irgendwie, ah, da sind wir ein bisschen, ah, da sind wir ein bisschen zu spät gewesen, da hat es ein bisschen geholpert. Hat aber, also, überhaupt hat niemand zu gross gemerkt, ausser ich. Ähm, hat auch die Stimmung nicht, äh, abbruchte, im Gegenteil. Sehr schön gesehen, weil ich, ich weiss noch einmal, ich bin schon mal dort gewesen, ähm, und dort ist es gut geworden, für mich, zum Spielen. Es ist so, die erste halbe Stunde, es ist recht hart gewesen, und die Leute sind irgendwie, also es ist alles meine Schuld, ich muss es mir immer sagen, nicht, äh, nicht auf die Leute bezogen, sondern die Leute sind irgendwie noch nicht bereit gewesen, und ich habe wenig gewusst, wie ich, wie ich sie bereit kriege, vor allem, wenn man ein Programm einfach so abspielt, blöd gesagt, im Sinn von, zuerst kommt das, dann kommt das, dann kommt das, ähm, aber das ist jetzt halt auch schon wieder ein paar Jahre her, und, ähm, und diesmal sind sie von Anfang an parat gewesen, bei Opti, und wenn nicht, dann haben wir sie so schnell von Anfang an parat bekommen. Donnerstag ist sehr speziell gewesen, in Luzern, wieder wenig Leute, also natürlich, wie überall, wenige Leute, aber dort, ähm, schon sehr wenig, wir sind nur um die 20 gewesen, und ich habe für beide Shows, den Matteo, Matteo Gutenrath, ähm, aus Basel, äh, habe ich als Support gehabt, weil der Cenk, äh, selber verpflichtet gewesen ist, und das ist umso schöner, wenn das möglich ist, habe ich ja auch schon erzählt in dem Podcast, wenn der, wenn der, der zu Support andere Jobs kann machen, dann ist sicher etwas gut gelaufen, und der Matteo, der hat am Donnerstag, ähm, hat er als Support ein bisschen die Untangbare-Aufgabe gehabt, dort hat die Leute quasi, ähm, warm zu kriegen, ja, die sind halt eben, das sind, irgendwie 20 Leute sitzen dort, denken so, uh, was passiert heute, uh, ist das richtig so, dass wir so wenig sind, und, äh, was labert der da eigentlich, und ich bin grosser Fan von Matteo, der hat so eine eigene, eigene, äh, eine gute Art, äh, auf Sachen zu schauen, und, er kriegt, er kriegt irgendwie, er kriegt irgendwie immer die Grenzen an, von was man noch sagen kann, dass man dann, als Zuschauer darüber lacht, und so denkt, uh, aber, aber man lacht, und, und man denkt nicht, ah, das geht jetzt gar nicht, so, ähm, und, dann hat er so nach 5 Minuten, hat er sie langsam, hat er sie langsam gehabt, und danach ist es richtig geil geworden, und das ist, also wirklich, für mich, dennoch, hat er gesagt, das habe ich schon nach Aarau gesagt, ich glaube, das ist jetzt etwa gleich auf mit Aarau, ich habe so ein bisschen Gefühl, vom Programm her, Aarau ist so der beste gesehen, bis dahin, was jetzt in Luzern noch passiert ist, jetzt hat das Programm nochmal ein völlig neues eigenes Leben gekriegt, und darum ist es wahrscheinlich der beste bis jetzt gesehen, immer schön, wenn der letzte Auftritt auch effektiv der beste gesehen ist, mit dem Programm, aber ich habe, ich habe mich so wohl gefühlt, und die Leute sind so gut drauf gesehen, eben auch dank dem Matteo, und, ähm, und dann habe ich, dann habe ich zu so feinen Sachen, die ich erzählt habe, habe ich, habe ich da und dort, einfach noch einen Zusatz, einen Tag, nennt sich das in Comedy Jargon, irgendwie noch einen kleinen Zusatz, Satz, ähm, gesagt, und nochmal etwas Kleines dazu, und einfach immer so, halt einfach improvisiert, immer was mir gerade hingefallen ist, und es ist so wie ein Spiel geworden für mich, dass ich dann einfach immer so, okay, jetzt habe ich zwar die Pointe schon erzählt, aber jetzt probiere ich noch irgendetwas zu sagen, wo nochmal ein Lacher generiert, und das ist, wenn man ein Programm eben schon ein paar Mal gespielt hat, und so ein bisschen drin ist, und so ein bisschen Flow hat, dann kann man auf einmal so ein bisschen so ein bisschen machen, und das ist auch etwas vom Schönsten, was man machen kann, dann macht Comedy zum machen, macht so viel Spass, ich könnte mir nicht vorstellen, dass ich einfach 50 Mal, das Programm Wort für Wort genau gleich sage, vor allem nicht Wort für Wort, aber das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, sondern was wirklich Spass macht, ist eben, wie sich so etwas, ohne bewusst daran zu schaffen, ich muss nicht irgendwie am Obervorrat hinsitzen, und mir überlegen, oh, wie kann ich da noch etwas tweaken, wie kann ich da noch etwas irgendwie verbessern, sondern, dass das einfach aufgrund vom sich wohlfühlen, und aufgrund vom Flow, dass sich das automatisch ergibt. Das habe ich mal gemerkt, wo der Maxi Stettenbauer, auch jemand, wo wir schon im Balz gehabt haben übrigens, wo auch solo im Balz wird spielen, ähm, irgendwann nächsten Frühling, glaube ich, ja, das habe ich bei ihm gemerkt, ich habe Maxi mal bucht, für ein paar Gigs in der Schweiz, wo wir eben Balz gemacht haben, wir sind am nächsten Tag noch ins LWB, dort haben wir noch Mixed Show gemacht, und er ist ja eh schon rum gewesen, aber vielleicht ist er einfach für die zwei gekommen, und die können beide Oben spielen, und er hat beide Oben, ich sage jetzt mal, die gleiche Setliste gehabt, also er hat den gleichen Ablauf gehabt, von zuerst rede ich über das, dann rede ich über das, dann rede ich über das, und trotzdem sind es zwei komplett verschiedene Auftritte gesehen, und nicht wegen dem Publikum, oder wegen dem Ort, oder so, sondern, weil er eben nach der Pointe zum Teil etwas völlig anderes hinzugefügt hat, mal das, mal das, und das ist so eine Spielerei, und wenn es dann irgendetwas gibt, wo man findet, das ist super geil, dann paltest du natürlich drin, aber gerade eben, zum es irgendwie spannend zu behalten, für einen selber, und zum irgendwie auch etwas einzigartiges zu kreieren, ist es eben geil, wenn es immer irgendwie noch andere Noten drin hat, weil es gibt irgendwie Oben, wo die Leute mehr auf das reagieren, das heisst, vielleicht ist man dann in den Tags, ist man dann auch ein bisschen mehr auf das fixiert, oder man hat irgendwie jemanden im Publikum, mit einer geilen Info, die man immer wieder einbaut, und so weiter und so fort, und darum ist Luzern unglaublich spassig gewesen, und hat sehr spass gemacht, für das Jahr noch ein Solotermin, in 10 Tagen, Neuhausen am Reiffal, gerade neben Schaffhausen, unbedingt dort vorbeigehen, wenn ihr in irgendeiner Art und Weise in der Nähe seid, würde mich sehr freuen, ausserdem fix online, für die Menschen, die zum Beispiel in Bern, oder in Basel, nicht sind zu schauen, weil sie dachten, es findet nicht statt, wir machen nochmal, je Show, 1. und 2. April, 1. April in Basel, 2. April in Bern, und für die Menschen, die bis jetzt in Zürich, auf mein Solo warten, haben wir auch etwas Spezielles, am 9. April, also die Woche darauf, spiele ich in das Zelt, auch schon x-mal verschoben, passt aber jetzt perfekt, weil mein Solo nicht hat stattfinden, das Jahr in Zürich, spiele ich ein Best-of, das Beste aus 32 Jahren, heisst es ursprünglich, es ist mittlerweile das Beste aus, dann im April, aus 34 Jahren, weil ich bin dann 34 Jahre alt, und das ist so ein wirklich speziell, zusammengesetzter Oben fürs Zelt, wo ich ohne Support, zweimal 45 Minuten, einfach aus meinen letzten 5 Programmen, Sachen zusammenschustere, sicher noch etwas, nur für den Oben speziell mache, und das ist so eine gute Überbrückung, für mein Solo, wo ich dann empfange, im Februar 2023, in Zürich zu spielen, zweieinhalb Jahre nach der Premiere, dann zum ersten Mal, in der grössten Stadt der Schweiz, geil, oder? So, das zu dem, dann noch schnell ein Hinweis, einfach weil ich es so freut habe, bei gestern mit Charlie und seiner Freundin ein James-Grunz-Konzert gesehen, in Zürich, im K-Fleuten, super gesehen, sensationell, hat es so, so gut getan, einfach, ja, einfach dort zu sein, Live-Musik zu hören, auf einer natürlich unglaublich hohen Qualität, und, einerseits hört James-Grunz seine Musik, andererseits hört der Podcast mit ihm, wo sehr unterhaltsam gesehen ist, und geht Sachen live gucken, ja, zum Beispiel auch, Montag bin ich im Kontiki gesehen, in Zürich, und habe, wie heisst es offiziell, Kalt angerichtet, Michelle Kalt und Frank Richter, wo so je, was will man sagen, ein Halbsolo gespielt haben, sehr, sehr geil, der Frank wird mit einem neuen Programm geholt, Michelle ist auch in der Erarbeitung von ihrem ersten Programm, alles sehr lohnenswert. So, jetzt, muss ich mir natürlich noch schnell einem Mail-Account widmen, ich logge mich da mal ein, und, du, einerseits verlosen, wer letztes Mal von den letzten Einsendungen, sozusagen, gewinnt, und zwar, was haben wir gesagt, muss ich schauen, höh, ähm, ach genau, zwei Tickets, habe ich gesagt, zwei Tickets für eine Show nach Wahl, und grosse Überraschung, es hat insgesamt jemand geschrieben, und wenn ich jetzt in meinem Zufallsgenerator die Person aussuche, dann, oh, ist es die Person, was hat es gedacht, Tina, wie ich glaube, letztes Mal schon gesagt habe, du wirst heute gewinnen, du hast heute auch gewonnen, du kriegst zwei Tickets für eine Show nach Wahl, und du hast im Mail, meinte ich sogar, geschrieben, dass du zu Basel willst gehen gehen, und noch Leute dazu mitnimmst, das heisst, wir schreiben uns auf jeden Fall, ähm, weil, du sagst mir, wo du die Tickets gebucht hast, lässt irgendwie zwei Plätze weg, und danach, natürlich, detetiert die zwei dazu, irgendwie so, ja, das kann man ja dann bilateral schauen, liebe Gratulation, liebe Gratulation, sagt man das, herzliche Gratulation, hey, alles gute Gratulation, gute Gratulation, wari, liebe, grüß, ähm, andi, und jetzt, leise ich doch vor, was wir für neue Mails haben, support, ah, sehr schön, von Isabel, liebe Isabel, ich freue mich jetzt schon, lieber Joel, ich habe gerade deinen Solo-Podcast vom 17. November gehört, deine Wehmut kann man gut raushören, und ich trauere auch den Zeiten vor Corona nach, oh, was habe ich, was habe ich am 17. November gesagt, das war ja letzte Woche, ah, was habe ich gesagt, weil ich gesagt habe, Leute sollen Tickets kaufen, ja, also Wehmut, das ist ja von der, es ist hoffentlich nicht so wehmütig übergekommen, wie ich es gemeint habe, ich, ich, ich spiele ja die Shows, ich könnte sie ja nicht spielen, aber es macht so Freude, die Shows zu spielen, das ist eigentlich der Punkt, klar, müsste man irgendwie noch können, damit verdienen, also verdienen, es klingt immer so, als würde man richtig Geld scheffeln, aber es geht mir gut, und ich spiele gerne, und ich kann nur sagen, ähm, ich habe ja jetzt paar Mal gespielt, und ich hatte so unglaublich tolle Interaktionen mit Leuten nach den Shows, weil ich stand ja nicht mehr dort, bei meinem Merchstand, und zwar irgendwie, äh, will jemand Babystrampler kaufen, natürlich will nie jemand, nein, stimmt nicht, ähm, aber es geht nicht darum, dass ich dort irgendwie noch beim Merchstand, was weiß ich, für Züge verkaufe, sondern vielmehr, dass auf die Leute vorbeikommen, und irgendwie noch reden können, wenn sie wollen, und, ähm, was wirklich, unglaublich schön ist, sind die, die Interaktionen, die wir dort so gehabt haben, mit verschiedensten Menschen, wie zum Beispiel jemanden, wo, ähm, ähm, sagen wir, äh, gerade, gerade schwierigere Zeiten durchmacht, ja, und, und sich drei Wochen lang, einfach auf die Show gefreut hat, und dann nachher zu mir kam ist, und sich bedankt hat, dass ich die Show nicht abgesagt habe, weil das jetzt, äh, so, eins von den, äh, wenigen alleinstehenden Highlights gewesen ist, ähm, für den Menschen, und, und so Zeugs ist wirklich, äh, ich hatte, ich hatte fast Tränen gekriegt, weil es einfach so, für das, es klingt immer so blöd, und so abgedroschen, aber für das macht man das Ganze ja eigentlich, also das ist, es ist so schön, wenn man irgendwie kann, Freude, geben, und teilen, eigentlich ist es Freude teilen, weil, weil ich habe ja auch Freude an dem Ganzen, ähm, darum, das ist ja der ewige Kreislauf, ähm, dem, was wir schon ein paar Mal darüber besprochen haben, sich gut fühlen, wenn andere sich gut fühlen, man sich selber durch das auch besser fühlt, und so weiter und so fort. So, jetzt habe ich es schon mal ausgeholt, wegen einem Satz, also, ich bin nicht wehmütig, aber, ähm, ich verstand, wenn es so übergekommen ist. Alle Tickets bis zum 25. Januar habe ich weggegeben, außer die von deinen Solos, stand auf, das Beste aus 32 Jahren. Wieso ist die wacker? Aha, verschenkt. Die werde ich nie und nimmer abgeben, das sind die einzigen Shows, an denen mir sehr viel liegt, und, äh, und teilnehmen möchte, egal, was man tun muss, um als Ungeimpfte reinzukommen, alles bis auf Impfen versteht sich. Okay. Äh, an deinem schwarzen T-Shirt, welche, welchen, welches, wahrscheinlich, ich mir letzten Winter gekauft hatte, habe ich immer noch sehr Freude, ich warte auf eine, weiße Version, damit ich es von dir mal signieren lassen kann. Man kann mit einem Silber- oder Wissenstift auf einem schwarzen Signieren. Man muss einfach den richtigen Stift haben, muss man einkaufen. Ich habe ehrlich geschrieben, ab und zu ein schlechtes Gewissen, weil ich mich von deinen positiven Vibes berieseln lasse und nichts dafür zahlen muss. Man lebt schliesslich nicht nur von Luft und Liebe, ich bin gerade selbst am Kämpfen für einen zeitgemäßen Lohn, man verkauft sich zu schnell unter dem eigenen Wert. Okay, also, bitte, bitte, auf keinen Fall ein schlechtes Gewissen haben. Weil eben, ich meine, mir geht es gut, mir geht es wirklich gut. Man darf es nicht zu oft sagen, weil sonst glauben es die Leute auch wieder nicht mehr. Darum sage ich es jetzt auch nicht mehr. Aber es ist tatsächlich so, ich mache das aus absoluter Freude an der Sache. Ich meine, wenn ich jetzt keinen Bock hätte, diesen Podcast aufzunehmen, dann würde ich es einfach nicht machen. Ich darf sagen, fuck it, ich nehme ein Bad, trinke etwas. Aber ich hätte ja noch eine Show heute zogen. Nein, bitte, bitte niemals da aussen jemals ein schlechtes Gewissen haben. Ich freue mich einfach, wenn es eben tatsächlich etwas bringt und wenn jemand Bock hat, aufgrund von dem, mir gut zu schauen, dann ist es ein absoluter Win-Win. Aber es ist ja nur schön, eben die Feedbacks, die ich so kriege und die Menschen, die wir schreiben, es hat mir ja auch in diesen Lockdowns, würde man sagen, eine Sense of Purpose gegeben. Im ersten habe ich Podcast Pause gemacht, das ist das alles aber auch noch sehr frisch gewesen mit diesem Podcast. Und nachher, wo man es dann unter gewissen Massnahmen hat gemacht und mittlerweile, wo ich dann auch mit diesen Solo-Folgen angefangen habe, muss ich sagen, hat sich extrem viel da für mich und eben anscheinend auch für Leute, die mir geschrieben haben. Und das ist eigentlich das Ziel von dem Ganzen. Also das ist schön dran. Wenn Menschen Freude haben, dann habe ich auch Freude. Jetzt noch der letzte Abschnitt von der Isabel. Ich habe dich das schon mal gefragt, allerdings nur in den Kommentaren auf YouTube und keine Antwort darauf bekommen. Oh, sorry. Mit Lara Stoll hast du mal etwas diskutiert, dass es Websites gibt, wo man den Künstler unterstützen kann und regelmäßig was einzahlen kann, was dann dem Künstler zugutekommt, welchen man supporten möchte. Bist du auch bei sowas dabei, damit ich dich etwas mehr unterstützen kann? Liebe Grüße, Isabel. Also, liebe Isabel, das ist wahnsinnig lieb, aber du musst auf keinen Fall mit mir unterstützen. Du bist eine super treue Zuschauerin, du kannst jedes Solo schauen, und das ist sensationell. Du hast auch ein T-Shirt, wenn ich lese. Darum überhaupt kein Ding. Es gibt Patreon. Ich weiss, dass Taisel drauf ist, mit ihrem Mann, mit dem Thomas. der Michelsner ein Ding angeboten hat. Aber das ist wirklich für mich ein persönlicher Entscheid. Ich habe mir das lange überlegt, habe das angeschaut, habe ich auch mit ein paar Leuten darüber gesprochen. Patreon ist ein Format, da kann man in verschiedenen Arten und Weisen Content, zum Beispiel exklusiv, raushauen, gegen Bezahlung. Man kann sich aber auch so auf die Unterstützung lassen. und ich habe damals mit dagegen entschieden, das heisst nicht, dass ich es nie werde machen, aber ich habe keine dringende Notwendigkeit gesehen, in dem Moment etwas zu machen und habe auch bewusst entschieden, ich will ja, dass die Podcasts und meine Videos for free sind. Das ist die Idee. Die Idee, eines weiterdenkt, ist, dass Menschen durch das hoffentlich auch mal an eine Show kommen. Das ist jetzt nicht der ausglückelte Marketing- und Strategieplan, den jemals jemand entwickelt hat. Ich bin für das nicht in einem fünftägigen Crashkurs, ich habe für das keine Ausbildung gemacht, sondern das ist einfach ein sehr, sehr einfacher Plan. Bring Sachen raus, damit Leute in irgendeiner Art und Weise bemerken und durch das vielleicht Bock bekommen, das zu schauen, was du effektiv machst. Es ist die altbekannte Leier, aber wenn jemand in einem Raum mit fünf Zuschauern absolut gekillt hat, fünf Zuschauerinnen, dann haben die fünf einen riesen Oben gehabt und haben es hoffentlich ein paar anderem erzählt. Und wenn die Person das nächste Mal wieder auftritt, sind vielleicht nicht alle fünf wieder dort, aber vielleicht zwei und die haben vielleicht noch drei Leute mitgenommen und dann sind vielleicht zehn Leute dort. Und wenn man das immer weiterspielt, natürlich gibt es dort auch irgendwann eine klare Obergrenze. Hens, der Schweizer Märth, der ja ähnlich gross ist und trotzdem eine gute Grösse erreichen kann. Jetzt kann man zum Teil halt nicht 17 Mal am gleichen Ort spielen alle halb Jahr, damit es sich überhaupt nicht anbringt, sondern man muss vorab ein grösseres Interesse wecken. Das kann man machen mit Fernsehauftritt, wenn es dir geht, mit Zeitungsartikeln, wenn es dir geht, und so weiter und so fort. Also es ist sehr viele Sachen, wenn es dir geht. Was kann man ein bisschen selber machen? Social Media, nicht meine Lieblingsdisziplin in deinem ganzen Business, obwohl für mich YouTube und Podcast absolut auch Social Media ist. Es ist für mich viel mehr Social Media. Ich bin auch noch dran, das geht aber auch eine Zeit, weil momentan doch wieder intensivere Spielphase ist. Ich bin aber auch dran, eine Mail zu erstellen, die wöchentlich rauskommen sollte, ich erzähle ja auch in dem Podcast immer wieder mal Sachen, die mir gefallen und gesehen habe. ein paar Empfehlungen von mir mit dort vielleicht ein bisschen exklusiven Content und Verlosungen, solche Sachen. Und das ist für mich eigentlich Social Media. Auf Instagram eine Story posten, kann man machen, ist nicht mein Lieblingsding, aber ist mir bewusst, dass das ein Teil davon sein muss. Und was toll ist, ist, dass man wieder darauf hinweisen kann, was man nicht mehr anders hat. Darum brauche ich sehr gerne Social Media. Wenn ich eine neue Podcast-Folge habe mit einem Gast, wo ich super stolz darauf bin, dann kann ich das dort präsentieren, damit Menschen, die nicht immer hören und nicht immer schauen, dann finden, das geben wir jetzt wieder mal. Und das ist eigentlich die ganze Idee hinter dem Ding. Es ist aber super eigennützig, wenn ich mit Gästen sehen, wo ich sonst nicht mit ihnen reden kann. Mit James Grunz eineinhalb Stunden zu sprechen, habe ich vorher noch nie geschafft, weil sie nicht, ob es nochmals wird arbeiten, wenn, dann wahrscheinlich wieder im Podcast. Ich habe zwar gestern Konzert von ihm geschaut, aber wir sagen uns vor der Show ganz kurz Hallo und dann muss er einen Termin und das machen und sich vorbereiten für die Show . und dass ich dann mit so einem Menschen, den ich wahnsinnig bewundere für seine Arbeit und auch für seine Persönlichkeit einfach mal reden kann. Das ist für mich so etwas von eigennützig, aber umso schöner, wenn es anderen Menschen auch noch Freude macht. Darum eine lange Antwort wieder mal. Ich bin nicht bei Patreon und wie gesagt du Isabel bist definitiv nicht gemeint gewesen, wenn ich in irgendeiner Art und Weise wehmütig getönt habe. Überhaupt nicht, sondern es sind jetzt wirklich unglaublich spezielle Zeiten und es werden die nächsten Monate auch sicher noch speziell bleiben, aber ich bin guten Mutes und voller Überzeugung, dass sich das alles wieder in eine andere Richtung wird bewegen und irgendwann so richtig so richtig grosse Events und so Sachen voll der Shit werden sein. Ich weiss zum Beispiel irgendwann ich weiss nicht ob es schon nächsten Sommer wird längen vielleicht irgendwann gehe ich mit meinem Vater an ein Rammstein Konzert Ich noch nie an einem Rammstein Konzert gesehen Ich habe es meinem Vater geschenkt mal auf Geburtstag Er habe es auch noch nie gesehen und es ist nicht so dass er jeden Tag irgendwie daheim sitzt und Du hast Du hast mich So zum Kochen Zwei Geschlechter in einer Brust Aber ist anscheinend mal etwas was man live gesehen hat Es ist eine ziemlich geile Live Show und ich bin mir sicher so Sachen werden wieder kommen und mit der Zeit wird man merken wie geil für Comedy ist sicher nicht nur schlecht gesehen wenn man ein bisschen Pause gemacht hat und wenn dann wieder neue Shows entstehen und die Leute wieder richtig Bock haben dann wird das auch funktionieren 100%ig Heute zum Beispiel letzte Comedy im Balz ist ausgekauft Es ist nicht so dass nichts läuft Ich weiss zum Beispiel auch Freddy die Mundart Show mit Ricklin und Schaub Adi Stern und der wunderbaren Fräulein Takapo habe ich gesehen weil ich das eigentlich wollte schauen ist eigentlich praktisch überall ausverkauft das heißt es ist mir auch bewusst dass zum Beispiel was ich jetzt anbiete nämlich Stand-Up Comedy von einem Dude der seit acht Jahren Stand-Up Comedy macht das kann man auch in einem Jahr nach schauen da ist jetzt nichts wahnsinnig exklusives dabei das Programm das ist die exklusive Version von dem Ganzen irgendwann spiele ich das Programm nicht mehr das Programm behaupte ich ist mein Beste bis jetzt behaupten zum Glück auch bis jetzt zumindest alle die mit mir sprechen was aber auch schon ein deutlich anderer Schnitt ist als früher wo Menschen mit mir geschwärzt und gesagt haben das ist nicht das Beste kommt noch es ist bis jetzt keins das Beste darum ist mir bewusst ich bin ich bin mehr ich sage immer ich bin mehr Laufkundschaft Menschen sagen bei mir ah gehen wir mal schauen Isabel du bist nicht gemeint du kommst sehr oft schauen was ich wirklich toll finde sondern mehr so gehen wir mal schauen was das ist ja mal schauen was das bringt oder man hat vielleicht sogar schon ein Programm gesehen und sagt ja ja kann man wieder mal schauen und es gibt immer wie die jetzt kommen das ist halt einfach nicht so viel wie sonst das ist auch völlig normal aber wie gesagt wird sich ändern nächstes mail hallo joel das hat mich ja nochmal mega gefreut wo du nicht nur meine kurze e-mail vorgelesen hast sondern dann auch noch mich ausgelost hast ah super ich weiss gar nicht ob ich das vorlesen wenn du wo willst gehen aber das machen wir auf jeden fall du hast nämlich vorletztes mal gewonnen liebe benjamin yes das heisst du hast dich schon gemeldet sensationell und ich werde mich bei dir melden und dir das schnell bestätigen falls du das nicht eh schon hörst du kannst gerne am 13. januar in soloturn dabei sein mit wem auch immer super ähm letzte mail und dann poah dreiviertel stunde heute habe ich wieder mal laberlaune gehabt dann muss ich auch langsam meine Haare machen und das geht drei stunden und dann ist schon beginnt hoi joel bin vor kurzem auf umwägen zu deinem podcast gekommen und seit da ist es eine kleine sucht geworden bin die alten folgen nachhören und muss sagen deine entscheidung nicht über corona reden ist super bleib dem treu ich hoffe du bist dem auch treu bleiben bei Folge 38 also ich kann sagen ist natürlich immer ein bisschen gestern abhängig letzte Folge mit Matt Buchli ist tatsächlich ich glaube eine halbe Stunde drüber gegangen also wenn du dann bei Folge 78 79 irgendwie ankommst dann kannst vielleicht ein bisschen skippen aber ich habe gefunden es hat jetzt auch mal passt es ist nicht ich spreche es nie gross an mich interessiert es nicht immer darüber zu reden so wie jetzt mit der Solo Folge und wie es sich auf die Auftritte auswirkt das ist logischerweise nicht zu vermeiden und es wird auch immer wieder ein bisschen vorgekommen dass man darüber redet was man gemacht hat während der Lockdown und so weil das bei kreativen Menschen für mich auch immer ein spannender Punkt ist also ich weiss nicht wo wir bei Folge 38 genau gesehen sind zeitlich aber los weiter es kommt gut der Feelgood Modus kommt während dem Hosen vom Podcast wirklich auf das Gelabern reicht wunderbar ab und was ein kleines Kränzchen kann spinden du hast mir dazu gebraucht Schweizer Comedy zu konsumieren was mich vorher gar nicht interessiert hat und ich nicht wirklich gewusst habe wie viel Gutes es gibt yes 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 dem bin ich schon happy was schreie dir denn so rum das freut mich riesig liebe Sabrina lese da ich freue mich jetzt auf die auftritte am mittwoch im balz und mal losen wie du live bist wünsch alles gute grüssli schöne woche Sabrina Sabrina waldklasse waldklasse du kommst jetzt so geil das ist genau das genau das was mir so freut macht ich kann dir jetzt schon sagen kleine vorwarnung ich werde heute nicht viel machen ich bin sehr auf der seitenlinie heute weil jetzt kommen andere Leute und die werden schon machen aber so gut so gut Sabrina ich werde dir jetzt noch schnell antworten wahrscheinlich werden wir jetzt noch Hallo und Tschüss sagen wenn du ins Bad kommst aber genau das was du schreibst ist genau ein anderes Ziel mit diesen Talks völlig unabhängig von mir schön ist wenn die Leute mich schauen was da jetzt der Fall ist schon nur dass sie merken dass Schweizer Comedy geile Scheisse gibt das ist so wichtig ich kürzlich mit jemandem eine Diskussion gab und ich so gesagt glaub du findest etwas wo du auch geil findest hundertprozentig ich lade solche Leute auch ein ist mir egal ich sage du musst nur den Geschmack finden wenn jemand sagt ich habe Comedy nicht gerne ist für mich wie wenn jemand sagt ich kann nicht gerne film oder ich habe nicht gerne Musik nein du hast vielleicht die Musik nicht gerne und die Sorte von Filmen aber du findest mal etwas anderes so intensiv etwas anderes das muss man auf der laptop und man muss Leute finden die gefallen und darum es gibt so ein Konzept wie Comedy im Balz Stand Up Raw mit Matteo wo verschiedene Sorten von Künstlerinnen zusammen kommen und für jede und jeder etwas dabei ist ja man etwas findet wo einem passt und wo einem persönlich gefällt und das ist immer wieder möglich und anscheinend hat es das auch bewiesen weil Leute haben immer so Vorurteile weil sie sehen einmal am Fernsehen fünf Minuten einen Ausschnitt von wahrscheinlich nicht einmal einem Programm sondern wahrscheinlich irgendwie ein Fernsehauftritt oder so was immer schon etwas Spezielles ist und etwas anderes und haben sich dann schon ein Bild gemacht und finden die fünf Minuten sind stellvertretend für alles was in der schweizer internationalen Comedyszene passiert es geht nicht um die schweizer Szene es geht um Comedy insgesamt ich schaue auch Sachen auf Netflix wo ich finde wenn das jetzt meine erste Berührung mit Comedy gewesen wäre dann hätte ich wahrscheinlich auch gesagt das ist nicht mein Ding aber ich weiss ja dass es nicht so ist ich weiss dass ich sagen kann ok das ist das spezifische ist nicht mein Ding aber das ist mein Ding und das freut mich darum vielen Dank Sabrina von mir wirst du heute nicht viel gesehen aber du wirst viel gute Comedy gesehen das kann ich versprechen und allen anderen schreibt weiter Mails danke vielmals von den heutigen verlosten schliessen für nächstes Mal haben wir zwei die zur Auslosung stehen Sabrina und Isabel und jemand von euch wird was gewinnen was haben wir das letzte Mal verlost das letzte Mal war Beanie und Crewneck kann man auch umtäuscheln auf zwei Merch zwei Merch Artikel kann man auch umtäuscheln wenn du zum Beispiel ein T-Shirt hast Isabel und du nächstes Mal gewinnst dann kannst auch sagen hey ich will nicht das ist kein Problem ok genug gelabert ich wünsche allen einen guten Rest der Woche verkauft euch nicht zu fest am Black Friday und Cyber Monday und Super Tuesday ach nein das ist wieder etwas anderes und schaut auf euch diskutiert nicht zu viel unnötige Scheisse habt euch lieb und wir gehören uns spätestens den Freitag am Black Friday mit einer neuen Folge vom Feel Good Podcast mit Gast sehr lustige Folge das kann ich jetzt schon sagen macht's gut bis bald ab bis 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 zum nächsten Mal.